Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier von a.m. Wie ihr seht, bin ich schon in einer Runde mit Nickname, dem Großen hier, der hinter mir läuft. Einfach, danke. Ich, wir spielen gerade Club Liga, das ist, weiß ich nicht genau, irgendwie für deine Ehre und für den Club halt. Brain of Car. Nein, 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 nein. Nein, das ist, also du bringst deinem Club dann halt Trophäen damit, also das ist wahnsinnig gut und so, also Sympathiepunkte sammelst du damit schon richtig gut. Also, ja, eigentlich ist es eigentlich nur normales Juwelenjagd, was ich definitiv nicht spielen kann. Ja, wir verhindern den Sieg immer, aber wir können ja so dich gewinnen. Ja, verloren. Cheezy. Cheezy. Stabil. Aber wir kriegen trotzdem plus zwei. Hä, aber warum denn? Keine Ahnung. Aber wir haben halt pro Tag nur vier Tickets. Sollten wir mal Ding spielen? Power Matches, was ist das? Keine Ahnung, wir sollen auch mal spielen. Ja. Guck mal, wir sind schon Gold einfach. Wir sind voll gut. Crazy. Aber das braucht zwei Tickets. Das hat gerade zwei Tickets gebraut. Ja. Ja, jetzt haben wir nur noch eins. Danach können wir nur noch einmal Juwelenjagd spielen. Dann war es das einfach schon. Welche nimmst du? Ich sperre, oder? Ich glaube schon. Ja, du bist einfach immer noch nicht sperr. Ich mache Mac, oder? Die nervt. Ja, komm. Die hast du mein Bruder. Digga, welchen Bruder soll ich nehmen? Weiß ich nicht. Ja, mach dich. Ich nehme schon mal Sandy. Ich nehme, glaube ich, Leon. Okay, dann mach ich irgendwie. Kannst du Sandy spielen? Ja. Okay. Also, ich nehme Leon. Jetzt. Tresor auf, ist euch wahrscheinlich klar, oder? Das macht man in anderen Tresor kaputt. Wir sind mit Atos im Kampf. Die haben aber alle keine Gadgets. Ja. Eigentlich heißt es, dass die lost sind. Aber wir haben halt auch keine Gadgets. Okay, der Atos hat ein Gadget. Ja. Aber er hat halt auch Ding. WLAN-Probleme. Okay, 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 okay. Tschüss. Hier. Fuck. Ja. Nicht andere Saar laufen. Mhm. Mr. P. Digger, wie kann der mich jemand treffen? Geht auf Tresor, geht auf Tresor. Einer muss Tresor gehen. Ja, das geht auch nicht. Dieser scheiß Mist, der hier in seinen scheiß Hotel, der halt in der Scheiße macht. Boah. Das verkackt mir. Kläglich, kläglich, kläglich. Aber wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Also, wir sollten langsam mal anfangen, aber. Ja, Atos, 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 Atos. Wichtig. Nein, bo, kom, bo. Tigger, was macht der Atos denn? Ja, komm, wieder alle. Ja, perfekt. Mein Gott. Das ist ein Dillis. Okay, das sieht jetzt schlecht aus, aber es gibt doch immer drei Runden, oder? Bei Power Matches. Ja, oder halt zwei, also zwei Gewinnsätze quasi. Die sind halt alle auch irgendwie OP. Ja, obwohl die eigentlich vom Power Level verkacken sind. Ja. Ganz, ganz schlecht. Ja, doch, zwei Gewinn, Matche. Digga, unsere Kombi ist halt auch extrem kacke. Ja. Digga, die gehen wieder halt von allen Seiten drauf. Ist doch kacke. Okay, jetzt konzentrieren, komm, komm, komm. Ja, wieder tot. Nice. Nice Kiste. Miese Prise. Wie trifft der diesen Tresor, bitte? So ein Noob. Digga, dieser Atos kann auch gar nichts spielen. Ich bin ja fast durchgekommen. Ja, nice. Cool. Digga. Wir sind eine Schande für dieses, für unser Clan einfach. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, was ich natürlich glaube, also dann lasst gerne ein Abo da. Also, dass wir dann auch mal ein bisschen Skill kriegen. Also, wir kaufen uns einen Trainer für Skill natürlich. Ja, wir haben verloren. Tschü, tschü. Auf jeden Fall, wir brauchen natürlich Skill, müssen wir uns kaufen. Und deswegen, oh, aber fünf. Fünf plus. Ja, also, ja. Guck, wenn du jetzt auf Club gehst, glaube ich, dann kannst du da Red Bull Gaming und dann Ereignis Tag 1. Und dann kannst du gucken, der Gasimiso hat schon zwölf geholt, der uns gekickt hat vorhin. Und wir haben einfach sieben geholt. Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht. Club Liga Saison. Also, eigentlich sind wir jetzt der Ersten mit 73. Ja, wir sind gar nicht so schlecht da eigentlich. Also, ja. Ja. Wir sind nicht die Besten, ne? Ja. Ja. Tschü. Tschü. Digga. Oh mein Gott. So ein Lackers. So ein Lackers. In einer Big Box. In einer Big Box. Ihr wart live dabei. Tschü. So ein Lackers. So ein Lackers. Ja. Let's go. Ja. Geil. Digga. Wie viele Brawler hast du jetzt? Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja, jetzt kann ich halt mein Brawler auf Star Power upgraden. Nee. Kann ich halt gleich auch mal ein Level hoch bringen. Ich zieh sie jetzt einfach hoch. Äh, ich hab 47 Brawler. Stimmt, ihr? Wie viele hast du? 549. Digga, ich kann sie halt gleich mal auf Level 4 upgraden. Heega. Digga. Ich kann mal die Big Box rein. Letzte Club Liga-Ding. Super. Okay. Äh. Ja, du bist Bescheid, dass der Jonathan gleich kommt? Ja. 3 Minuten. Ja. Ich bin mal so da. Okay, ich nehm... Ja, ich nehm... Im's. Hast du mit Lola's Guild? Feierst du die? Ja. Echt? Ja, ja. Ich find sie aber manchmal ein bisschen kritisch, also... Ja. Die sind alle krass, die das halt spielen, gefühlt irgendwie. Ja, so konnte das. Das sind halt keine Bots, oder? Ja, natürlich nicht. Ich hab' einen gekillt. Es gibt dann bei Club Liga wieder immer drei Tage, so wie ich's verstanden hab. Und das ist irgendwie jede zwei Wochen oder so, oder? Ja. Ja. Aber was bringt denn dem Club die Trophäen eigentlich? Du steigst dann halt in den Ligen auf, aber was bringt's dir denn? Digga, ich hasse diesen Scheiß... Der Typ ist... Der Edgar ist nervig, gell? Oh ja, der fackt richtig ab, ey. Warte, ich kann ihn mal langsamer machen. Ich hab' ihn. Wichtig. Komm zurück, komm zurück. Noch einen. Die Papa könnte kritisch, ja? Komm, 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 komm. Wie viel? 15 Sekunden. Aber wir können uns hier nicht verstecken. Yay. Let's go. Vier plus, oder?